Die Digitalisierung kombiniert mit der Elektrifizierung, mit der Energie richtig zu nützen, das sind Werkzeuge, die einfach Menschen kreativer machen, freier machen. Und dabei sollte die Kreativität und die Energie, wenn beides ressourcenfrei ist, also verfügbar ist, können Menschen einfach mehr gestalten. Klimawandel, Energiewandel, so viel Wandel. Ideen dafür gibt es viele, aber was es braucht, sind Lösungen. Und zwar nicht irgendwelche Insellösungen, sondern welche, die funktionieren. Heute spreche ich mit Walter Kreisler, Gründer von Neon, der sich diesem Thema nicht nur verschrieben hat, sondern der, wie man merken wird, regelrecht dafür brennt. Wir sprechen über die Anfänge in seiner Jugend, wir sprechen über Visionen, aber wir sprechen auch über das Thema, was jetzt ist. Die Mission, was er mit seinem Unternehmen durchführen wird, aber natürlich auch die Herausforderung, die so ein Projekt mit sich bringt. Alter, wir sitzen heute da bei dir im Herzen von Neon, bewusst gewählt, dass man mal sieht, was da eigentlich an der Basis passiert in der Free City. Ich freue mich, dass wir uns heute die Zeit nehmen, um einfach darüber zu sprechen, was dich da bewegt bei dem Ganzen, was da auch deine Hintergründe sind. Darum erzähl mal, was hat das mit Neon auf sich? Was passiert da eigentlich? Neon ist ein Unternehmen, das ich 2018 gegründet habe, mit dem Sinn, Strom und somit Elektrizität für unsere Kunden so günstig, sauber wie möglich bereitzustellen und dabei auch auf die Sicherheit zu achten. Denn wenn unsere Stromnetze irgendwann einmal Herausforderungen haben, dass die Stromnetze zu klein werden oder zu viel Strom gebraucht wird, auch ein Europäer die Möglichkeit hat, Strom sich autark zu versorgen, um eben nicht nur seine Kosten zu senken oder für ökologische Maßnahmen zu sorgen, sondern auch wirklich eine sichere Energieversorgung zu haben, weil das, glaube ich, die Basis für sämtliche Wertschöpfung ist, dass man sich mehr oder weniger mit einer Wirtschaft identifiziert, wo Energie eigentlich alles ist. Es ist Musik, es ist WLAN, es ist Wärme, es ist Kälte, es ist mittlere Mobilität. Und wenn hier wir entsprechende Versorgungssicherheit haben, ist eigentlich ein weiterer Wohlstand innerhalb Europas gesichert. Und das ist mir ein brutales Anliegen, dass das auch für jeden zugänglich ist. Man merkt ja, das ist ja jetzt kein 0815-Vorhaben, das ist ja ein Megaprojekt. Jetzt würde mich einfach mal interessieren, du bist ja im Fachjargon, würde ich mal sagen, ein Serial-Entrepreneur, das ist ja nicht deine erste Unternehmung. Aber was ist es, was dich antreibt bei dem Ganzen, wo du sagst, okay, deswegen mache ich das? Was sind deine persönlichen Beweggründe, die dich auch auf den Weg gebracht haben, diese und so viele andere Projekte umzusetzen und aufzubauen? Also ich sage mal, das ganze Start-up-Geplappere, Serial-Entrepreneur und bla bla bla, eigentlich, ich kann es nicht hören. Habe ich mir gedacht. Aber ich würde sagen, du brauchst, ich bin jetzt 44 Jahre alt und du brauchst oft länger oder noch viel länger, um am richtigen Moment, am richtigen Ort die richtige Idee zu haben, damit du auch merkst und du spürst es dann so brutal, dass jetzt der Zeitpunkt da ist. Und das hat bei mir lange gedauert. Ich habe das Glück gehabt, im Unternehmen von meinem Vater sehr, sehr früh mitarbeiten zu dürfen, weil ich bin ein 79er Baujahr. Und 1989, wie der Berliner Mauerfall war, wo Menschen für Freiheit gekämpft haben, war auch die tschechische Osterweiterung. Und da ist hier in Freistaat, im Mühlviertel in Oberösterreich, ja die Relevanz gewesen, dass Tschechen kommen nach Österreich. Also Ausländer kommen nach Österreich und meine Mutter ist Lehrerin und die hat gesagt, was tun Ausländer da? Und mein Vater hat ein Elektrogeschäft gehabt und die klauen natürlich mal alles. Und dann hat mein Vater gesagt, ich glaube, das ist das Wirtschaftswunder. Und meine Mutter hat gesagt, die klauen alles. Also es war irgendwie so zwischen alles und nichts, so in diesem Moment am Tag der Öffnung. Und die Herausforderung war dann, dass mein Vater in dieser Woche auch eingeliefert worden ist, in die Privatklinik wegen dem Krebs, wegen dem Hotschgen. Und dann hat mein Onkel dort die Firma übernommen. Und wir Jungen, wir waren zehn Jahre alt, also meine Konsolz und ich, haben eigentlich nicht mehr in die Schule gehen gebraucht, sondern wir haben uns darum gekümmert, dass die Tschechen entweder nichts klauen oder wenn sie kommen, dass wir ihnen Zeug verkaufen. Also Radios, Fernseher, Gefriertruhen. Und das war irgendwie so total schizophren, würde ich heute sagen, dass du im Prinzip als zehnjähriger in einem Geschäft stehst und dann kommen die mit ihren Trabanzern, mit ihren Anhängern und sie kaufen das Geschäft leer. Und ich weiß es noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, sie haben nicht einmal Gefriertruhen oder Kühlschrank gehabt. Und die haben mit Cash bezahlt, sind sie gekommen, wir sind auf der Straßenkreuzung gestanden, haben von den LKWs die Ware auf ihre Trabanzern mit den Anhängern geladen und haben auf der Straße in Kronen kassiert und haben die Schultasche gebraucht, um damals die Kronen auf die Bank zu tragen. Okay. Und wenn du das jetzt mitkriegst zwischen eigentlich zwischen es geht nicht mehr weiter, ich weiß nicht, was morgen passiert und zwischen es passiert, kommt ganz anders. Und dass zwischen Opportunity und Risiko eigentlich gefühlt Meilen auseinander sind, aber eigentlich nur eine Rasierklinge, die Meile, Rasierklinge groß ist, ist das schon was, was mich damals brutal beeindruckt hat, dass du hier unglaubliche Mehrwerte bringen kannst, nämlich für denen, die bei dir Ware kaufen, Investitionen kaufen, aber auf der anderen Seite auch gerne wohin kommen und gerne auch investieren. Und das war halt, natürlich habe ich in die Schule gehen müssen und dann war auch ein Thema, was mich geprägt hat, war Tschernobyl. Also Tschernobyl, wir haben nichts anspielen dürfen, der Vater hat die Tür verklebt und die Mutter hat die O-Tabletten verteilt. Und so irgendwie, das konnte man damals gar nicht greifen, so Gesundheit, irgendwie so Tod, Gesundheit. Und dann ein paar Jahre später, Temelin, Temelin hier in Oberösterreich, wir streiken in der Schule, wir kriegen schulfrei einen Tag in der Woche, wenn wir in Temelin streiken. Also so aller Fridays for Future, das gibt es ja nicht nur seit Freitag, das gibt es ja seit mehreren Jahren. Und dann habe ich eigentlich schulfrei bekommen damals und das war das Spannende. Und ich war damals der Klassensprecher und dann hat die Frau Kosibau, sie geheißen, hat damals gesagt, meine Lehrerin Walter, du stehst beim Otto Resetare, jetzt beim Ostbank Kurte auf der Bühne und sprichst vor 10.000 Kindern. Und du darfst jetzt erwähnen, dass wir hier nicht mit Tschernobyl-Reaktoren Temelin öffnen. Und das ist dir halt damals in jungen Jahren nicht bewusst. Und wenn du halt dann irgendwie für die Freiheit kämpfst und die Berlin am Auffall ist und die Wirtschaft mitkriegst und irgendwie halt dann auch die Gesundheit und die Umwelt ein Thema spielt, dann wird es halt automatisch dazu. Ich war dann Lehrling im Unternehmen mit dem Papa, also ich wollte auf keinen Fall studieren, habe dann erst den zweiten Bildungsweg studiert, extrem schnell, ein MBA, habe dann zu schnell studiert, eine Firma gegründet, bin selbstständig geworden, habe dann die Bildungsgrenze zurückzahlen dürfen. Und so wirst du dann irgendwann mal halt dann die erste Idee, die zweite Idee, es funktioniert nicht, es funktioniert gut, aber nicht so, wie du es vorstellst. Und dann hast du halt sieben, acht Jahre, das ist schon verdammt lange dauert. Und diese Erfahrungen damals halt so mit, dann zum Thema Energie zu kommen und dann irgendwas hat mit Umwelt zu tun, anstatt konsumieren zu investieren und du kannst somit auch Menschen wieder was zurückgeben, weil sich Anlagen deutlich schneller amortisieren, wie das Investment war und dann Energie deutlich in Richtung Null Grenzkosten geht. Und das hat mir halt schon viel getaugt. Aber es war halt immer so die Frage, ist es Energie einsparen oder ist es Energie produzieren? Und dann hat es mich irgendwann mal halt auch dank meiner Cousins in das Batteriethema hinein katapultiert und das hat mich nicht mehr losgelassen. Und dann haben wir halt die NEOM gegründet 2018. Und NEO steht ja für Neu und OM ist die Energie aus dem Universum, also der Kunstname. Und das heißt, unendliche Kraft für uns alle, also Infinite Power of All erfassend. Diese Kraft interpretieren wir für uns so, also das gesamte Unternehmen, auch unsere Kunden, dass eigentlich Strom, Energie, Freiheit, Unabhängigkeit für dich etwas Gutes ist, weil du dann nicht durch eine Strompreisbremse zum Beispiel oder eine Förderung das Kreuzerl bei der Partei A machst oder bei der Partei B oder bei der Farbe X oder bei der Farbe Y, sondern dass du eigentlich so unabhängig bist wie möglich, um rational denken zu können, damit dich nicht die Emotionen leiten, um Entscheidungen im Leben zu treffen, die dich weiterbringen. Und dabei ist halt das Thema elektrische Energie die einzige Energieform, die sauber, sicher, regional produziert werden kann, um genau dort, wo du zu Hause bist, eine Mehrwert zu stiften und halt dafür zu sorgen, damit du unabhängig bist. Und das war eigentlich dann die gründere Idee von NEOM. Also ein großer weiter Weg eigentlich, den du ja zurückgelegt hast. Da will mich einige Sachen interessieren, mich da jetzt noch genauer an. Ich glaube, es ist auch spannend zu erfahren, weil man ja oft sagt, du warst selbst in deiner Jugend, Kindheit konfrontiert mit dem, was es heißt, Aufbruch und Veränderung, auch eben, wenn es sich einem nicht unmittelbar tragt, weil so ähnlich, wie du jetzt berichtet hast von den Eltern, immer wenn sich groß was ändert, das ist immer auch mit Unsicherheit verbunden. Und andere sagen, das ist Chance. Aber du weißt ja in Wahrheit nicht, was wird passiert. Und das hast du mitgekriegt. Aber auch eben dann die Möglichkeiten, die entstehen und halt was passiert, wenn man anfasst. Weil du gesagt hast, Gesundheit und diese Sachen. Inwieweit, wo ist der Schulterstoß für dich mit dem ganzen Energiethema? Also ich höre da sehr viele Dinge raus, aber mich würde auch interessieren, warum, was spricht dich an der Welt der Energie so sehr an? Wo merkst du einfach für dich, wo du sagst, ja, aber das ist für mich der Hebel. Wieso Energie und nicht irgendwas anderes? Ja, weil ich glaube, Energie, also Energie ist eigentlich alles. Also auch du steckst voller Energie. Und Energie ist eigentlich, also das Universum besteht aus Energie. Und der Urknall war auch aus Energie. Und wenn du halt auch mit Menschen Emotionen hast, ist es auch Energie. Und bei uns gibt es so einen Leitspruch im Unternehmen, dass alles, was sich reibt, ist Energie. Ja, das heißt, es darf auch einmal zur Sache gehen, damit wir auch vorankommen. Und auch vorankommen ist die Energie. Und das Einzige vielleicht, vielleicht ist es tatsächlich ein Dogma in mir, ist, ich habe echt Angst vor der Singularität. Und die Singularität ist in Wirklichkeit die Singularität, die Box der Pandora. Also das heißt, wenn du dort ankommst und absolut unabhängig sein kannst, in letzter Konsequenz, dann ist es sogar der Tod. Weil dann hast du jedes Problem gelöst. Und was ich möchte, ist, ich möchte eigentlich nicht sterben, sondern ich möchte so viel weiterbringen. Und ich möchte in meiner Wachphase, also wo ich wach bin, also aufwache, bis ich schlafen gehe, so viel weiterbringen wie möglich. Weil dann habe ich den Vorteil, dass ich vielleicht zwei, drei, vier Mal wiedergeboren werde. Also im gleichen Leben, weil ich einfach für mich, wie ich Erfolg definiere, einfach meine Meilensteine abarbeite und wieder neu definiere und die für mich in den Weg lege, um sie wieder aus dem Weg zu räumen. Und ich glaube, das ist so wichtig, dieses Thema Energie. Und wenn du dann die Energie halt nachdenkst, dann ist es am Tagesende die Elektrizität, die eben sauber, sicher regional produziert werden kann und die gespeichert werden kann und die, wenn du sie speicherst, auch entsprechende Wertschöpfung betreibt. Und Elektrizität, das ist ja nicht nur hier in Europa, sondern auch in Afrika oder in den ärmeren Ländern der Welt, wenn du Wasser und Strom hast, kannst du alles machen. Und dann kannst du, dann hast du WLAN, dann hast du vielleicht Zugang zum Internet, dann kannst du trinken, dann kannst du Lebensmittel anbauen. Und dann aber Wasser und Strom sind eigentlich für mich die zwei wesentlichen Elemente in der Zeit, wo wir heute leben, die essentiell sind. Und ich beschäftige mich bei den Elementen, mit der Neum, aber hauptsächlich mit der Neum um das Thema Elektrizität und mit unserem Team, um hier nämlich wirklich auch jedem die gleichen fairen Chancen zu ermöglichen, mit dem, was er mit Elektrizität erreichen kann, er hat damit auch seine eigene Wertschöpfung für sich definiert. Das heißt, im weiteren Sinne kann man euch sagen, so wie man da, du sorgst einfach dafür, dass du die Zugänge zur Elektrizität und zur Energie vereinfachst, besser machst und damit belebst du den ganzen Organismus, in dem wir uns befinden, also Individuum und als Organisation. Ja, in Summe kann man das, gibt es da Analogien, aber auf die Technologie runtergebrochen. Wir haben das Glück, dass wir, ich sage jetzt, den industriellen Zeitalter und dem fossilen Zeitalter, das ja sehr kurz war in der Epoche der Menschheit, so viel Wertschöpfung betrieben haben. Also ich sehe das jetzt, jeder, der noch ein Dieselauto fährt oder einen LKW betreiben muss oder einen Traktor, auch wenn alles elektrisch wird, wir hatten vor 50, 100 Jahren gar nicht die Technologie dafür. Erst durch Quantencomputer, durch Materialwissenschaft, durch Universitäten, durch Forschung sind Produkte entstanden, die so günstig sind, die Energie einfach deutlich günstiger machen können und auch die Wertschöpfungskette befruchten. Und diese Produkte können wir recyceln und im Prozess zurückführen. Und ich glaube, wenn man das einmal, sage ich mal, jetzt verstanden hat, was es bedeutet, diese Wende, diese Energiewende im Sinne der Kreislaufwirtschaft, dann hat das den großen Vorteil, dass das für unglaublich viel Wachstum sorgen kann. Also Wachstum ist nicht nur jetzt Geld, das kann auch Freiheit sein, das kann auch Kreativität sein. Also was hätte man sich damals gedacht mit einem Festnetztelefon, zum Schnullerstelefon, zum Smartphone? Fakt ist, dass du heute, früher hast du bei Sony einen Plattenvertrag gebraucht, um damit dein Kind, das hoffentlich schön und dünn und schlank ist und den Standards entspricht, der Plattenindustrie. Aber heute kann jeder, selbst der nicht Musik musizieren kann, hört sich an wie X, irgendwie kann mit YouTube erfolgreich werden. Und ich glaube, die Digitalisierung kombiniert mit der Elektrifizierung, mit der Energie richtig zu nützen, das sind Werkzeuge, die einfach Menschen kreativer machen, freier machen. Und dabei sollte die Kreativität und die Energie, wenn beides ressourcenfrei ist, also verfügbar ist, können Menschen einfach mehr gestalten. Und ein Tagesender ist das ein Bäcker. Es ist ein Werkstück von einer CNC-Fresse. Es ist eine Wertschöpfung, wo Menschen gerne, also ich bin gerne Kunde, obwohl ich lieber investiere wie konsumiere, bin ich trotzdem Kunde. Und da möchte ich einfach diese Produkte haben, die diese Wertschöpfung gewährleisten, aber nicht den Planeten langfristig zerstören oder die Menschheit auseinander dividieren oder den sozialen Frieden nicht gewährleisten. Da gibt es viele Muster, die man damit adressiert und das ist, glaube ich, schon was, wenn man es auf die Elektrizität immer wieder unterbricht, was schon ein geniales Werkzeug ist, sage ich, dieses Jahrhunderts. Und das möchte ich einfach nutzen und den Menschen zugänglich machen. Das ist ziemlich cool und da merkt man eben auch, das ist das, wofür du brennst, da steckt sehr viel Energie, sehr viel, sehr viel, sehr viel Feuer auch drin oder wie ich es immer nenne. Ich habe den Gedankenspannung gefunden, dass du sagst, diese Elektrizität befähigt einen oder setzt Potenzial frei und ermöglicht uns, Dinge zu tun, die absolut unmöglich waren. Und ich bin voll bei dir. Ich meine, wir leben jetzt in einem Zeitalter, das noch nie da gewesen war. Jedes Individuum hat Zugriff zu Ressourcen und zu Werkzeugen, die unvorstellbar sind. Allein in unseren Smartphones steckt so viel Potenzial, wenn du sagst, Digitalisierung, Zugriff auf Informationen, so viele andere Sachen. Leute können aus ihrem Wohnzimmer erfolgreicher werden wie Rockstars vor 50 Jahren. Also all das verknüpfst du mit dem Kernelement der Elektrizität, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Ja, richtig. Und vor allem, weil sie im Sinne der Kreislaufwirtschaft sauber produziert werden kann. Es ist eigentlich eine Ressource, die kostenlos ist. Also die Sonne schickt keine Rechnung. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, dass wir diesen Zugang eben für jeden einigermaßen fair machen wollen. Und da passiert halt viele, viele Dinge, sind auch in einem sehr wohlhabenden und sehr überkapitalisierten, übersozialisierten Land wie Europa trotzdem nicht frei verfügbar. Und ich glaube, das ist für das zu sorgen, dass man jetzt für die saubere Energie mit Digitalisierung Dienstleistungen ermöglicht, wo diese Dienstleistungen, also wir lesen uns natürlich in den Gesetzen mit Neom sauber ein und bauen, wir nennen das Skills, dass ich praktisch mit einer Photovoltaikanlage Strom produziere, mit einem Neom-Speicher den Strom speichere, dann zur Verfügung stelle, wenn ich es brauche und damit aber auch zum Beispiel CO2-Quoten handele und Mehreinnahmen generiere. Sprich, die Monetarisierung von Daten meines Solarspeicherkraftwerkes ermöglicht mir, Mehreinnahmen zu generieren und eine schnellere Amortisierungszeit zu haben wie mit anderen Systemen. Und wenn man jetzt so schaut, was sich über Jahre und Jahrzehnte in unserem regulierten Europa passiert ist, dass die meisten Menschen von der Politik bevormundet worden sind, Systeme gebaut und sind, um alles so fair möglich zu behandeln, was ja gut ist, haben sich trotzdem viele, viele Dinge, sage ich, eingebrannt, die nicht mehr verändert worden sind seit Jahrzehnten. Und genau da setzen wir an, dass wir sagen, dass alles, was European Green Deal ist, Pariser Abkommen, das ist ja knapp 30 Jahre alt, diese Verträge, dass wir diese Verträge aufbrechen und diese Förderungen oder diese Gelder, die da locker werden, nicht den Staatsbetrieben zugänglich machen, sondern jedem einzelnen Individuum, der dekarbonisiert, der CO2 aus der Atmosphäre nimmt, der einspart und dabei nicht nur verzichten muss, sondern eben mehr zurückkriegt. Und das klingt jetzt total verrückt, wie das geht, aber das geht. Das heißt, wir verwenden zum Beispiel, wenn du Elektroauto fährst, kriegst du 400 Euro von uns, THG-Quote. Wenn du eine Kilowattstunde tankst, kriegst du 25 Cent von uns dazu, fürs Tanken. Aber was tun wir mit dem? Also wir drucken das Geld ja nicht, sondern andere PV-Anlagen produzieren Strom und diese Wertschöpfung spielt es dir wieder zurück. Und während dem halt ganz Europa, die europäischen Staaten Strafzölle zahlen, weil wir viel zu wenig schnell dekarbonisieren, können wir diese Strafzahlungen antoppen und für deine Dekarbonisierung deinen Teil in deine Brieftasche spielen und nicht in die Brieftasche der Europäischen Union. Also wir werden ja sonst general bevormundet, alle Europäer, da wird mir ein Kamm drüber gefahren, wir sind so CO2-neutral, wir müssen dekarbonisieren, wir wollen die globale Erdewärmung eindämmen, um den sozialen Frieden herzustellen und da werden einfach Strafzölle bezahlt, weil die Politik nicht so schnell dekarbonisiert, wie wir damals vertraglich geregelt haben. Und wenn du aber praktisch schneller dekarbonisierst wie der Durchschnitt, wirst du monetär bevorteilt. Und das haben wir aufgebrochen, wo wir rechtliche Themen, mit vertraglichen Themen und somit mit Digitalisierung und mit der Investition von elektrischen Produkten, Photovoltaikanlagen, Stromspeicher und Ladestationen eben in einem Zyklus für dich Wertschöpfung betreibt. Also so wie ein Festnetzelefon oder ein iPhone, also hätte man damals einem Festnetzelefonbenutzer gesagt, du kannst ein YouTube-Video sharen und vielleicht mit dem YouTube-Video eine Million verdienen. Damals hätte ein Telefon wahrscheinlich gesagt, ich muss ein Telefon singen und muss bei einem Superstar-Webwerb über das Telefon mitmachen. Aber also diese Wertschöpfung ist einfach sehr, sehr enorm und wird bis 2050, 2060 für die, die dabei mitmachen, unglaublich profitabel sein. Und wo wir vielleicht noch drauf kommen, ist auch, es gibt auch Services, wo selbst wenn Leute keine Photovoltaikanlagen investieren können und montieren können, dass sie selbst dort auch mitmachen können. Die Herausforderung ist ja, dass Leute, die keine BV-Anlagen haben, keinen Stromspeicher, kein Elektroauto haben, werden eigentlich in der Energiewende, können nicht teilnehmen. Die müssen eigentlich dann mehr zahlen, wie die, die investieren. Aber die Möglichkeit, auch denen was zurückzugeben, dass die investieren, dass die in Bürgerbeteiligung mitmachen können, dass die in Energiegemeinschaften mitmachen können, dass sie daraus auch Einnahmen generieren, das ist glaube ich der Game-Changer, weil auch wenn die Photovoltaikanlage so das Ding ist, was du siehst, aber im Hintergrund ist es ja eigentlich der Zugang zu erneuerbarer Energie über Software und Services von Neom. Also kann man sagen, wir sind ein Energieversorger, der keine Kraftwerke besitzt, wir besitzen unsere Kunden und werden dafür bezahlt. Also die zahlen nichts, sondern sie kriegen dafür Geld, damit die, die Energie brauchen, günstige Energie kriegen. Und das spielt halt, in Wirklichkeit spielt hier der Energieversorger und Banken und Investitionen eine Rolle, wo der klassische Bürger, egal ob er wohlhabend oder nicht wohlhabend ist, immer mit partizipiert. Und damit ja auch, und deswegen finde ich den Ansatz sehr spannend und auch mutig, aber zu dem kommen wir noch gleich, weil ich kann mir gut vorstellen, dass dir zu Beginn nicht jeder das gleich so abgenommen hat, das Konzept, aber was du ja damit erreichst, ist, dass du jeden zum Mitgestalter machst, auf relativ unkomplizierte Art und Weise. Und eigentlich kann ich steuern, wie sehr ich mich involviere und kriege eigentlich auch noch durch die Systeme und die Dinge, die ich aufgebaut habe, werde ich auch noch finanziell kompensiert. Also das ist, sage ich mal, so kann eine Entwicklung in die Richtung ja wirklich nachhaltig funktionieren, weil nur der idealistische Gedanke allein reicht ja nicht aus, wo du sagst, es muss halt ein Gesamtpaket geschaffen werden und das ist ja die große Herausforderung. Und das war tatsächlich die größte Herausforderung, wie ich meinen Masterplan definiert habe, war, also meine Gedanken waren vor zehn Jahren schon so. Okay. Nur die Problematik war, wir haben gewusst, wir können nur erfolgreich sein, wenn wir den Handwerker in der Region, der das Vertrauen hat, in dem Gebäude etwas zu installieren, was für Wertschöpfung sorgt, ja, den müssen wir gewinnen. Und wenn ich zu sehr über das Thema rede, wie die ersten paar Minuten hier, dann fühlt sich der, er sagt, was ist denn das, ich brauche ein Kabel oder ich brauche einen Stecker oder ich brauche einen Wechselrichter oder ein PV-Modul, der will ja montieren. Aber ich sage, damit du da hinkommst, damit du auf den Mars kommst, musst du zumindest mal den Mond adressieren, nicht? Und selbst der Mond klingt, wenn ich sage, fliegen wir zum Mond, unglaublich. Und jetzt war es die Frage, wie kann ich diesen Weg so aufbauen, damit die Leute mitgehen. Und vom Festnetzelefon bis zum iPhone hat es ja auch 20 Jahre gedauert. Und das war mir zu lange. Also ich will nicht 20 Jahre warten, bis die Leute mit Neon-Produkten einen Mehrwert generieren. Also jetzt war es für mich klar, dass der trojanische Pferd ist die Hardware. Und das trojanische Pferd ist, wenn wir PV-Wechselrichter und Batteriespeicher und Gateways so verpacken und so den Partnern zugänglich zu machen, dann installieren wir jeden Tag da draußen mal die Produkte, die für diese Wertschöpfung sorgen. Strom produzieren und dekarbonisieren. Also es sind praktisch unsere Rechenzentren, die bei den Kunden zu Hause montiert sind und beim Kunden sich eine hohe Wirtschaftlichkeit haben. Und wir haben jetzt circa 6.000, 7.000 Systeme ausgeliefert bei 12.000 Nutzer mit 25.000 Geräten. Das ist circa so dieses virtuelle Kraftwerk, also das physische Kraftwerk, das gesteuert ist. Und dann haben wir ein Jahr später diese Software aktiviert. Also im ersten Jahr die Hardware, 2018 bis 2019. Dann 2020 die Software. Dann hat man gesagt, hey wow, ich kann das mit einem Computer steuern. Ich kann die Anlage einschalten aus der Ferne, warten aus der Ferne, wow, ist mit dem Internet verbunden, wie geil. Und letztes Jahr haben wir dann die App entwickelt, die App vorgestellt. Dann haben wir gesagt, hey wow, jetzt verbindet sich die App mit meinem Gerät, mit meiner Elektronik. Und die App verbindet sich auch von meinem Nachbar. Mein Nachbar kann Teil meiner Photovoltaikanlage sein. Und so verbinden sich jetzt viele, viele, viele Nutzer mit diesen stromproduzierenden Produkten, die praktisch für Wertschöpfung generieren. Und das war so die, von der Hardware zur Software zu den Services. Und das mit einer Marke, eine Plattform aufzubauen, die wesentlich mehr Strom produzieren kann in Europa, wie große Kraftwerke es tun können. Ja. Weil du die Kräfte bündelst und einfach diese ganzen Synergien auf unterschiedlichsten Ebenen nutzt, so wie es jetzt von dir verstanden hat. Nicht nur das Offensichtliche, okay, wir produzieren Strom, wir verwenden es, sondern eben aus diesen ganzen Möglichkeiten, die halt Software und Technologie und der Markt hergibt. Aber jetzt sind wir genau bei dem Thema. Du bist, du hast gesagt, vor zehn Jahren hast du diese Idee schon im Kopf gehabt, gegründet hast, das dann 2018 und eigentlich hast du schon ein sehr klares Bild für 2050, hast du gesagt. Also da ist quasi alles da, was man braucht, Vision, Mission, Origin. Aber erzähl mal, was waren gerade zu Beginn wirkliche Hürden und auch, was sind jetzt noch Hürden, wo du sagst, okay, das sind halt auch Herausforderungen, die da zu bewältigen sind. Eben, du hast das ja schon ein bisschen angeschnitten. Das ist ja jetzt nicht so, dass du hergehst und die Leute checken sofort und kaufen wie irre. Das würde man sich ja zwar immer gern wünschen für seine eigenen Vorhaben, aber wie schaut es denn in der Praxis aus? Was waren Dinge, mit denen ihr gekämpft habt, auch zu Beginn dieser Reise? Ich glaube, am Anfang kämpfst du am meisten mit dir selbst, dass du diese Dinge akzeptierst und in Wirklichkeit diese Strategie bottom abfasst. Also du kannst das nicht befehlen, sondern du musst die Leute, die Kultur des Unternehmens und die Ausrichtung so wählen, dass jeder mitgehen kann. Und dass jeder mitgehen kann, das sind alles Deko. Das sind nicht dort die eigenen Leute im Team, wir nennen sie die New Men's, sondern egal ob Männlein oder Weiblein, egal welche Hautfarbe, egal welche Religion, dass wir denen es ermöglichen, sich im Job zu entfalten. Dann sind es unsere Partner, wo unsere Partner natürlich dann sagen, okay, wow, ich spüre etwas, das ist mehr, aber alles, was ich kriege, ist man bis daher weit genug. Das kann ich damit umgehen, ich kann das einbauen. Am schwierigsten war dann aber auch, nicht nur die Partner, wir haben jetzt ca. 320 Systempartner und wir haben letztes Jahr alleine zum Beispiel im November über 1.100 Systeme ausgeliefert in einem Monat. Das war das beste Monat bis jetzt. und da ist die Herausforderung dann natürlich, dass auch die Politik und vor allem die Landesversorger mit ihren Energieversorgern eigentlich nicht unbedingt das so geil gefunden haben am Anfang, weil da gibt es eine Firma, der wirbelt da irgendwie in meinem Gewässer und diese Hürden, die du dann weggelegt kriegst, die sind unglaublich schwierig. Mittlerweile freut es mich, dass viele, viele Energieversorger auch unsere Kunden schon sind, weil ich würde mal sagen, so wie, natürlich hat sich das E-Mail für die Post am Anfang nicht gut angefühlt. Also wenn du Briefmarken verkaufst und Briefträger bist, ist das E-Mail ziemlich scheiße. Sorry, dass ich das so sage, aber heute ist wahrscheinlich einer der größten Office-Anwender die Post und E-Mail hat die Geschäftsmittel nicht kaputt gemacht. Im Gegenteil, sie haben sich mit diesen Dingen beschäftigt und haben daraus das nächste Geschäftsmodell geformt. Also die Post ist ein unglaublich tolles Unternehmen, Börsen in Österreich sehr wertvoll, gibt vielen Menschen Arbeitsplätze. Aber ich glaube, dass wir da noch immer nicht durch sind beim Landesenergieversorger und beim Übertragungsnetzbetreiber. Tatsächlich, sage ich, diese Akzeptanz zu kriegen, dass er es in seinem System zur Gänze zulässt. Das sind auch alte Muster einfach da. Und es sind natürlich dann auch oder vielleicht am wenigsten die Kunden, sondern am ehesten noch die Kunden, die sich von dieser brutalen Ökowelle überrollt fühlen und sagen, wie war die Öko und ich will mit dem Öko sein und ich kaufe mir jetzt auch nicht mit dem Öko und ich fühle mich mit dem Öko. Ich will auch nicht verzichten, ich will eher investieren. Und da, glaube ich, haben wir noch Probleme, auch da im Prinzip für, also wie ich sage, für die Freiheitskämpfe in Österreich haben wir Blackout-Sicherheit, für die super ökologischen Menschen haben wir CO2-Einsparungen, für die eher sozial gepolt sind, haben wir den sozialen Frieden, weil wir mit der globalen Erdewärmung dagegen kämpfen und auch den Strom für alle günstig machen und für die Kapitalisten in unserem System haben wir eher, sie investieren und werden reich. Also in Summe ist die Energiewende für alle Muster, die Kernmuster unserer Bürgerinnen und Bürger, und da gibt es noch einfach so, da glauben immer alle, der eine muss gegen den anderen kämpfen, aber das ist das, was wir ganz schon sehr, sehr gut hinkriegen. Und natürlich ist es, vielleicht sogar das Schwierigste, ist mit diesen brutalen makroökonomischen Dingen aktuell, also was ist aktuell die Herausforderung? Ja, also wir sind kein Startup mehr, wir sind, glaube ich, auch kein Scale-Up mehr und es gibt es jetzt fast fünf Jahre, ja, wir haben gut 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die alle für die Sache wirklich sich aufopfern, ja, also unglaubliches Commitment da, weil sie auch verstehen, was wir tun, ja. Aber das sind die Herausforderungen, sage ich mal, auf makroökonomische Themen einzugehen, wie die Gehälter steigen, fast zweistellig im Prozentsatz, die Kaufkraft lässt nach, die Zinsen steigen, Unternehmer selbst haben vielleicht andere Sorgen, ja, und das ist die Herausforderung, dass dieser Markt, der eigentlich normalerweise atmet, ja, das Unternehmen mitatmen kann. Aber die Herausforderung ist, der Markt atmet nicht mehr, ja, also, sondern der Markt fühlt sich an wie ein Marathon, ja, also der, er hustet vielleicht sogar schon, ja, vielleicht spuckt er noch nicht Blut, ja, und das ist die Herausforderung, dass du halt den, den, den Unternehmen, ja, oder unser Unternehmen, ja, äh, es sind die Investoren, es sind ich als Gründer, meine Management-Kollegen und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die alle an der gleichen Sache kämpfen und unsere Partner und Kunden, ja, dass wir an diesem Markt, sage ich, in einer Analogie mitatmen, ja, und wenn man hustet, auch mithusten. und das ist die größte Herausforderung, das auch zum Managen. Ja, wenn du jetzt davon sprichst, Warte, ein Organismus atmet, was, was vielleicht, gib uns da ein bisschen eine genaure, oder gib mir ein bisschen eine genaure Idee davon, dass ich wirklich verstehe, was du, was du damit meinst, was es, was es heißt, also, Markt ist, glaube ich, kriege ich hin, aber, aber ich finde es spannend, wie du, wie du eine Organisation siehst, die atmet. Also, eine Organisation, die atmet, ist ein dynamisches Konstrukt, und das ist ein dynamisches Konstrukt, also, wenn man es jetzt nicht circa als einen Körper, sondern, dann kann man sagen, vergleichen wir es mit einem Herzschrittmacher, und der Herzschrittmacher, der muss auch auf den Menschen eingehen, und in letzter Konsequenz haben wir halt eine Lunge- und einen Herzschrittmacher, der muss zusammenpassen, und die Herausforderung ist es, dass die, alle Kolleginnen und Kollegen, die wir haben, auch hier mit dem Herzschrittmacher mitkönnen, und ich glaube, das Schwierigste für einen Unternehmer, und vor allem, glaube ich, für einen Gründer, ist, glaube ich, das, dass du irgendwann mal erkennen musst, dass es für manche sehr schwierig wird, und vor allem emotional schwierig wird, und auch dann für mich, weil du Mitarbeiter auf diesem Weg auch verlierst, und entweder, weil der Mitarbeiter selber draufkommt, oder der Kollege, es passt nicht, ich fühle mich da nicht wohl, das ist nicht richtig, so kommt ja auch die Firma drauf, oder das Management mal drauf, oder Kollegen, die sagen, hey, passt es noch, und da glaube ich, sind es schon die Herausforderungen, dass Menschen dann, wenn sie damit konfrontiert werden, leider Gottes das Gefühl haben, das sich wahrscheinlich auch richtig anfühlt, ich genüge nicht, ich kriege die Anerkennung nicht, ich bin nicht ein Teil davon, und das ist sicher das Schwierigste, glaube ich, dass man da dann dabei noch, sage ich mal, die Emotionen so flach hält wie möglich, und dann halt noch für den jeweiligen, den es betrifft, und vielleicht betrifft es auch irgendwann mal mich, aber den gegenüber halt absolut wertschätzend zu behandeln, und halt dann auch mal einen Job zu beenden, und das ist etwas, wo du sagst, du bist nochmal da, um Wertschöpfung zu betreiben, Jobs zu schaffen, Steuern zu zahlen, also wirklich auch was zu bewegen, und dann auch mal beim Ausatmen, vielleicht auch dich von, tollen Leuten trennen musst, weil sie aktuell, vielleicht in der Situation, wo wir heute stehen, keinen Platz finden, und ich habe lange gebraucht, ich bin ja in einem Familienbetrieb groß geworden, und für mich war Familie immer Firma, Firma, Familie, Privat, alles das Gleiche, und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich leider sagen muss, aber ich habe schon festgestellt, dass eine Firma keine Familie ist, was ich festgestellt habe, ist, dass eine Firma sowas ist wie eine Sportmannschaft, und wenn du in der Champions League spielst, dann hast du wahrscheinlich, dann kann sich die Firma auch wie ein Champions League Finalspieler verhalten, wenn du halt absteigst, von der Bundesliga, von der Bundesliga in die zweite Liga, dann wird es ungemütlich, und ich glaube, wenn es ungemütlich wird, dann werden wahrscheinlich die Superstars mal dort oder da auch nicht mitgehen, aber eines kann ich sicher sagen, wenn die, die aus der zweiten Liga in die Bundesliga kommen, von der Bundesliga in die Champions League, und dort vielleicht einen dritten Platz holen oder gewinnen, dass dann die, die sich von der zweiten Bundesliga raufgespielt haben, die echten Champions sind, und das ist, glaube ich, die Herausforderung, dass man das in unserer Kultur spürt, und darum vielleicht, als umso höher Führungskraft du bist, der Druck unglaublich hoch ist, und das ist etwas, mit dem ich persönlich schon brutal zu managen habe, dass wir hier für die Menschen das Beste machen, nämlich die haben eine Familie, die haben Kinder, auch wenn wir jetzt die Zeiten schlechten haben, und dann ist eigentlich für ein Unternehmen, für mich, der gerne Verantwortung übernimmt, auch so eine Situation, wenn du mal Leute entlassen musst, oder freistellen musst, oder auch wenn du dich einvernehmlich löst, eine tatsächlich schwerwiegende Zeit, die du wahrscheinlich managen musst, und akzeptieren musst, aber du dich halt nicht wünschst. Ja, und ich glaube, das ist etwas, wo, so wie du gesagt hast, der Wunsch wäre natürlich, gemeinsam alle an die Spitze ins Ziel, wo auch immer, dieses Projekt, die Mission zu erfüllen, aber das Leben spielt halt auch mit, oder atmet, auch mal in einem anderen Takt, und das würde mich vielleicht interessieren, von dem, wo du gesagt hast, ich meine, es gibt diese makroökonomischen Herausforderungen, gerade aktuell, mit so vielen Raumbedingungen, wie gehst du da damit um, was passiert auch bei der NEOM, was sind so Themen, die auch da gerade am Herzen liegen, und wie bleibst du da auch auf Kurs? Also ich glaube, es sind, oder ich glaube, ich weiß es, es ist tatsächlich der, der Blick nach hinten, also der Blick über das, was du schon erreicht hast, und diesen Blick nach hinten auch zuzulassen, und diesen Blick nach hinten auch mit deinem Team zu vertauen. Und darum bin ich gar nicht so ein Fan von Revolution, weil ich glaube, dass die Evolution an sich selbst so viel Erfahrung mit sich bringt, dass du mit deinem Team wieder zurückblickst, und egal, ob es mal auf oder runter geht, genau hier in diesem Moment auch stolz sein darfst und demütig sein darfst, und auch dort dabei die Menschen, die du dabei verloren hast, an dieser Reise auch denen dankst. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die du jeden Tag hast, nämlich nicht nur nach vorne zu schauen und geblendet zu sein von der Sonne, und von allem, was schön ist, sondern auch zurückzublicken und das auch zu verdauen. Und ich habe da so einen, glaube ich, einen Spruch, den es in Englisch gar nicht gibt. In Englisch gibt es das Wort, Scheitern und Fehler nicht. Und um ehrlich zu sein, ich habe brutal Angst zu scheitern. Scheitern ist sowas wie Singularität, das ist der Tod. Und du scheiterst ja nur, wenn die wiederkehrende Anzahl von gleichen Fehlern immer wieder ist, dann scheiterst du. Und das heißt aber im Umgeschluss, ich liebe Fehler, und ich liebe aus den Fehlern zu lernen, zurückzublicken und die Fehler nicht nochmal zu machen. Und das Spannende ist, dann kommst du weiter. Und wenn du dann schon hörst, Fuck-up-Party, das sind scheitern, das ist super. Ganz ehrlich, zu scheitern ist brutal erniedrigend, brutal schlecht, du verletzt Menschen. Und das Gute ist, dass du, wenn du davor halt tatsächlich Respekt hast, bis das dein Team weiß, dass sie Fehler machen dürfen und gerne Fehler suchen und wie metrisch Fehler auffressen und wieder ausspucken und dabei wachsen, das ist eigentlich das geilste Gefühl. Und da haben wir schon Angst und da ist unsere Firma sicher eine sehr, sehr eine Hardcore-Firma, eine Hardliner-Firma, dass wir einfach uns so viele, brutal viele kleine Fehler leisten, um daraus zu lernen und um super Progress daraus hinauszuziehen. Und das ist, glaube ich, diese Kultur, die wir immer wieder pflegen, macht Fehler, es macht nichts, aber halt nicht immer wieder die Widerkeiten fehlen. Und ich glaube, das macht den Unterschied zwischen Unternehmen, die sie aus der Evolution lernt und eine Durchschlagskraft hat gegenüber Firmen, die permanent glaubt, sie ist revolutionär und bleibt aber am Stand stehen. Dreht sich so lange im Kreis und er verändert sich immer wieder neu. Wenn du selber zurückblickst, war ich da auf die letzten Jahre und alles, ich meine, sowas, man zahlt ja immer einen Preis für alles, was man tut. Was sind so Dinge, wo du merkst, ja, der Preis, weil von außen schaut ja immer alles geil aus, sagen wir es, wie es ist. Ja, eine tolle Firma aufbaut und das machen wir großartig und jeder sieht ja immer nur die coolen Dinge, ja, oder ein Autor hat mir das mal gesagt, jeder will das Buch haben, aber keiner will es schreiben. Also, dieser Aspekt. Was würdest du sagen, für dich, Walter, sind Sachen, wo du sagst, ja, die hast du auch geopfert oder das sind Dinge, die du auch lieber gemacht hättest vielleicht. Fakt der Zeit spielt, glaube ich, immer eine Rolle. Wie siehst du das jetzt, mal rückblickend auf die letzten paar Jahre, was waren bei dir so Sachen, wo du sagst, ja, das gehört halt auch dazu. Ja, ich glaube, ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Aber ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht geglaubt, dass es so brutal hart ist. In diesen gut vier Jahren, knapp fünf Jahren, sage ich mal, ein Unternehmen, also ich wusste, ich will kein Unternehmen bauen, das halt diesen einen Löffel verbessert oder dieses eine Dingsbau, das dann jeder braucht. Sondern ich habe mich darauf eingelassen, einfach ein großes, wertvolles, profitables Unternehmen zu bauen, das für Mitarbeiter, für Investoren, für Gesellschafter, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch die Kunden, die die Produkte kaufen und nutzen, wertvoll sind. Also das ist, glaube ich, das war mir, so was, ich wollte eine Plattform bauen, aber eine Plattform mit Impact und ich hatte keine Angst vor Hardware. Ich hatte keine Angst vor, also ich habe immer, ich kenne einen Seitenhieb, aber diese Fuki-Buki-Apps, auch gut, aber mir hat einfach diese tiefe Impact, um etwas zu bewegen und das war halt, aber ich wusste nicht, damals sage ich, okay, da baust du eine Plattform, das schaut so aus, ein großes Energiesystem Europas, was den Wohlstand Europas sichert, aber dass es bereits sich so früh so schwer anfühlt, war für mich nach wie vor schon etwas, wo ich tatsächlich jeden Tag, wenn du dann bis zwei, drei in der Früh, vier in der Früh arbeitest und um sechs, dreißig, sechs, sieben aufstehst, von Termin zu Termin tatsächlich im Laufschritt läufst und das Team rund um dich sich ähnlich bewegt, mit ähnlicher Dynamik, das ist schon etwas, was ich heute vielleicht sagen würde, habe ich komplett unterschätzt und ich gebe brutal viel Arbeit ab, ich traue mich zu sagen, ich habe in allen Bereichen, die ich nicht kann, de facto alles, nur bessere Leute wie mich selbst, also wäre ich ja doof, wenn ich schlechtere Leute einstelle wie mich selbst und den vertraue ich auch super viel an, weil wir extrem viel kommunizieren und extrem ehrlich sind und eben diese Fehlerkultur, aber nicht die Kultur des Scheiterns, die Kultur der Fehler erlauben und das war vielleicht so, also dank meiner wundervollen Frau, meinen Fenn und Theo, meinen Söhnen und der Melitta, meiner Frau, darf ich auch meine gesamte Wachzeit in dieses Projekt investieren und ob ich das irgendwann bereue, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, es fühlt sich nicht so an, also ich fühle es sich total richtig an und total wichtig an und ich sehe es extrem klar, wo wir in 10, 15 Jahren stehen und aber ich vermute mal, dass ich das damals, wie ich das mit meiner Frau vereinbart habe, wir uns auf etwas anderes eingelassen hätten, aber sie hat es Gott sei Dank akzeptiert und ich hoffe, die Frage richtig antwortet zu haben. Ja und ich glaube, du sprichst ein paar Dinge an, das finde ich auch cool, dass du es offen ansprichst, weil es wäre leicht, immer zu sagen, alles easy und live your dream und schieß mich tot und alles läuft, aber so ist es ja nicht, sondern du hast jetzt gesagt, halb drei, halb vier und dann um sechs, sechs, dreißig geht es weiter, also ein anderer würde sagen, wo bleibt da die Work-Life-Balance, ja, aber ich weiß ja von dem, was du mir geschaut hast, du siehst ja das anders und ich glaube, es ist viel wichtiger, nicht die Zeit, die man hat, sondern die Zeit, die man nutzt und da bist ja du jemand, so wie ich dich jetzt erlebe, der da ziemlich, ziemlich konsequent ist, die Umsetzung, wie, was machst du für dich, dass du selber da nicht außer Atem gerätst, das würde mich interessieren. Ich habe einen Buchstaben verändert, ich schreibe bitte Work-Life mit einem V statt einem F. Ja, und das reicht, erzähl mal mehr, was hast du das für mich? Das eine ist, also ich glaube, dass die Arbeit, die dich erfüllt, tatsächlich kein Fremdkörper ist und ich glaube, die Balance, ich glaube, es muss auch die Sex-Life-Balance, es muss die Alkohol-Life-Balance, es muss die Schlafens-Life-Balance, es muss die Freundes-Life-Balance grundsätzlich auch stimmen und wenn du akzeptierst, wenn du Dinge dann akzeptierst, einfach, die du nicht ändern willst, dann hast du auch damit kein Problem, weil es an sich keine Fremdkörper gibt, und es kann auf keinen Fall Arbeit sein, die Sinn ergibt. Und ich glaube einfach, ich glaube einfach, dass wir tatsächlich aus einem tieferen Sinn auf dieser Erde geboren werden und dieser tiefere Sinn dazu da ist, und wenn es nur ein kleines Stückchen besser geworden ist, die eine erfüllende Aufgabe ist. Und ich glaube, das Schlimmste wäre, dich selbst zu cheaten, also dich selbst zu bescheißen und einfach als Schmarotzer durch das Leben zu ziehen und nicht alles dafür unternimmst, in deiner Wachphase das Beste zu geben. Und das hat nichts zu tun mit dem Job, das gibt für eine Reinigungsfachkraft genauso, für eine Flugbegleiterin und für einen Flugbegleiter. Das Glück des Tüchtigen fällt dir nur in den Schoß, wenn du alles dafür gibst und den Menschen fair behandelst und die anderen begeisterst. Und ich glaube, das ist das einfachste Lebensrezept, das du haben kannst, ist, andere Menschen zu begeistern und einen Mehrwert zu liefern. Und das ist sowas, wo natürlich du die mit dir selbst sehr oft harterst und sagst, ist es richtig, wäre doch so schön, jetzt könnt ihr mal länger schlafen und könnt, nein, heute nicht. Aber ganz ehrlich, das ist die Aufgabe, die du hast. Und ich glaube, es kommen auch Zeiten, wo ich dann mal sage, das ist jetzt genug. Und die Frage ist es dann, wenn ich in den Holzapfel beiße oder dann, wenn ich sage, es ist wirklich genug, dass mein Geist vielleicht sagt, ich habe die Basis aufgebaut, dass ich das zur Gänze auch meinem Team anvertrauen kann und mich natürlich irgendwann mal auch anderen Themen widmen darf. Aber ich habe dafür heute absolut keine Sehnsucht, sondern ich habe die Sehnsucht, das Ding dazu bauen, das ich da auch ankündige und bauen darf und unglaublich viel Spaß macht, aber auch unglaublich anstrengend ist. Nicht nur für mich, sondern ich glaube, für jeden Einzelnen bei uns im Team. Von dem, was du gesagt hast, und das kann ich unterstreichen, mit allen, die ich gesprochen habe, die höre ich ähnliche Dinge, das fasziniert mich, das finde ich so, dieser gemeinsame Nenner, dieses einer Tätigkeit, einer Sache nachzugehen, die für einen Server Sinn beinhaltet und dass man darin die Erfüllung findet. Was denkst du, unterscheidet jemanden, der vielleicht auch solche Ideen hat oder Gedanken, aber dann das halt nicht schafft, im Vergleich zu dem, wo du ganz offensichtlich die letzten Jahre doch einiges weitergebracht hast, trotz widriger Umstände. Was würdest du sagen, unterscheidet da die Speu von Weizen? Ich glaube, es ist, ich glaube, es steht dem meisten das eigene Ego im Weg. Man will sich Fehler nicht eingestehen, dann lernt man nicht aus den Fehlern, man passt sich dann nicht an und spült sich eigentlich selbst aus dem, aus dem, aus dem Thema hinaus. Und ich glaube, wenn es, wenn du zu dir selbst ehrlich bist und zu deinem Menschen ehrlich bist und auch deinen Fehler dir selbst eingestehst und den Fehler akzeptierst und an dem Fehler arbeitest, dass du so lange nicht aufgibst, aber auch nicht dumm, also eben nicht wiederkehrende Fehler machst, sondern so lange dich anpasst mit dem Thema, das dir so wichtig, als wichtig genug erscheint, bis dass du es merkst, es macht Bumm. Und du merkst es dann, fuck it, der Moment ist da, aber es gibt tausend Momente, wo du wahrscheinlich vorher sagst, er kommt nicht. Und das kann ich jetzt sagen, wenn ich es weiß, dass er gekommen ist, aber es klingt so doof und dabei ist es ganz ehrlich, du machst es dann tatsächlich nicht fürs Geld. Auch wenn dich das Geld vielleicht, dass das ein Nebengeräusch ist und beim Geld natürlich immer wieder an das Geld denkst, natürlich, aber am Tag gesehen, kommt der Moment genau dann, wenn das Geld nicht da ist. Und dann denkst du, that's it, das ist das Thema. Es funktioniert, es greift, die Zahnräder funktionieren, es fängt zum Sprudeln an, die Spritzkerzen zünden und die Leute sind begeistert. Und das war schon, und wenn ich sage, dieser eine Moment, war es wert, die tausend anderen Momente zu vergessen, wo du gesagt hast, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bilde nicht mit. aber halt, die Frage ist, hast du diesen Ehrgeiz, diesen Mut und diese, wie soll ich sagen, diesen Hunger nach Glasscherben zu fressen, so lange und hältst du es auch durch dein Umfeld zu, durch deine Eltern zu, durch deine Freunde, durch deine Frau oder Freundin oder Lebenspartner. Und da muss ich schon sagen, das war auch nicht immer geil. Und das war, aber auch da musst du den anderen mitnehmen und sagen, das ist mein Ding. Und ich glaube schon, dass da auch Beziehungen draufgehen, dass auch die Gesundheit drauf geht, dass wir in diesem Moment nicht passieren. Und die Frage ist ja dann halt nur, hast du wirklich alles gegeben oder hattest du nur etwas, wie soll ich sagen, wolltest du eine Abkürzung nehmen. Und um ganz ehrlich zu sein, das ist ein Sprichwort von mir, jede Abkürzung hat eine Falltür. Jedes Mal, wenn du Shortcut hast, kriegst du es du dreimal so dick zurück. Jedes Mal immer das Gleiche. Jeder weiß, was ich meine. Jeder, der zuhört, weiß gar nicht, was ich meine. Und dann diesen weiten Weg zu gehen, um diese Falltüren auszulassen. Und der Weg ist brutal alleine. Wenn es funktioniert, sind sie alle da. Aber der Weg dahin, und das zeichnet halt ein paar Menschen, die mich auf diesem Weg durchbegleitet haben. Meine Frau, dann mein Vater, ein paar Leute aus dem Management auch. Und auch die ersten Investoren, das ist schon extrem gut. Das ist so wie ein Blindenstock oder ein Blindenhund. Aber die dich dann auch mal nach vorne ziehen oder du nach vorne ziehst. Und dann halt, wie gesagt, zahlt sich das aus. Und ich glaube, es ist tatsächlich die Hoffnung, an dem, wenn du weißt, es ist wichtig genug, eben nicht aufzugeben. Und vielleicht cheated man sich selbst und man weiß, es ist nicht wichtig genug, aber es ist halt da, wo ich hängen geblieben bin, da ist es besser loszulassen. Und das loszulassen ist halt so brutal schwierig, weil dann hast du selbst wieder halt das Problem, ich genüge nicht, ich habe es nicht geschafft. Und ich glaube, vor dem darfst du keine Angst haben. Also, du solltest lieber die Zeit mit der Hoffnung verschwenden und nicht mit der Angst, weil die Angst ist das, was dich leitet und die Hoffnung ist, die dich führt. Und das ist etwas, was ich vielleicht anderen mitgeben kann. Und selbst, wenn du mit 90 die Hoffnung immer nicht aufgegeben hast und der Effekt nicht da war, kannst du sagen, ich habe nicht aufgegeben. Und das, glaube ich, ist das Allerwichtigste, dass du einfach dran bleibst. Das merkt man, dass das passiert. Vielleicht abschließend dann die Frage, die Hoffnung, die dich ja führt, Walter, wohin siehst du die Reise gehen für dich, für die und für andere Vorhaben, die du begleitest in den nächsten Jahren? Was steht am Horizont? Also, mich beschäftigt das Thema Elektrizität brutal aktuell. Mich beschäftigt das Thema, das Thema, was mit Energie verbunden ist. Also, auch das Thema Investieren, Kapital, was kann ich mit dem tun? die Neum wird sich weiterentwickeln. Die Neum wird für Einnahmen aus erneuerbaren Energien sorgen. Mit diesen Einnahmen wirst du dann wo bezahlen können. Diese Einnahmen kannst du dann auch anlegen. Also, wird sicher, das Thema erneuerbare Energien geht bis zu, hat sehr viel mit Geld zu tun, aber auch sehr viel mit Dekarbonisierung und sozialen Frieden, obwohl die Kernwertschöpfung immer die gleiche bleibt. Also, da werden wir coole Produkte anzapfen an unser Ökosystem, die definitiv mit Energiewende, mit Mobilitätswende, mit Zinswende zu tun haben werden. Damit meine ich nicht Krypto, sondern Krypto oder Blockchain. Das ist ja auch nur Geld und Datenbanken. aber es wird ein Teil der Wertschöpfung sein, um Menschen einfach abzusichern, um Menschen mehr Kreativität zu geben. Ich glaube, das ist das, was uns wirklich fördert. Und wir werden natürlich mit diesen atmenden Mechanismen mitarbeiten. wir werden eines, was die Neum tun wird, ist, wir werden auch das Unternehmen an die Börse schicken. Denn ich sage ganz ehrlich, dass ein Unternehmen, das du liebst und dort mitbeteiligt sein bist und mit dem Unternehmen, das wertvoll ist, auch Dividenden kriegst und Aktionär bist, dann gibt es nichts Schöneres. Ich vermute, dass du viele Produkte nutzt in deinem Leben, wo du auch Aktionär bist und wo du Aktien kaufst. Das könnte vielleicht ein Autohersteller sein oder ein Handyhersteller sein. Und irgendwann möchtest du mit diesem Ökosystem mitpartizipieren. Und dieses System ist dafür erfunden worden. Und dieses Kavier möchten wir spielen. Und dabei spielt eben diese Energie, die sich durch die Sonne, die keine Rechnung schickt, dabei sehr große Wertschöpfung betreibt. Da werden wir noch coole Produkte launchen, die tatsächlich der Menschen noch gar nicht für möglich gehalten hat. Dann, was mich schon auch noch beschäftigt, ist das Thema Wasser, Zugang zu Wasser, zu Trinkwasser. Ich glaube, Wasser ist eine der schlimmsten Waffen, die wir haben auf unserem Planeten. und die Unternehmen, die sich mit Wasser beschäftigen, sind eigentlich Waffenhändler. Und ich glaube, dass der Zugang zu Wasser so wichtig ist wie der Zugang zu Elektrizität, aber so unwichtig der Zugang zu Waffen ist. Und das ist ein Thema, das mich beschäftigt, auch durch die Aktivität meiner Frau im Waisenheim in Afrika, wo wir mitkriegen, wie gut es war, Solar zu haben, nicht Strom, aber wie schlimm es ist, kein Wasser zu haben. Also der Zugang zu Elektrizität und Wasser, das ist etwas, was mich in meiner Lebenszeit noch beschäftigen wird. Und dann wünsche ich mir, dass ich noch geile Zeiten habe mit meinen zwei Zwillingen, also mit Finn und Theo, eine geile Zeitschaft bringen dafür. Und mehr brauche ich nicht. Dann ist die Work-Life-Balance komplett quasi. Walter, danke dir für die Zeit. Danke. Sehr inspirierend. Und ja, ich bin schon gespannt zu sehen, was sich da entwickelt. Also wie sich es anhört, wird kein Stein auf dem anderen bleiben und das ist auch gut. Danke. Sebastian. Da waren einige Dinge wieder dabei, war sehr, sehr inspirierend auch für mich zu erfahren, was es ausmacht, eben wirklich einen Unterschied zu machen. Wer mehr über Walter Kreisel wissen möchte, Links wie immer in der Beschreibung und rund um dieses Video und diesen Podcasts. Mir bleibt nichts mehr anderes zu sagen, als auf die richtige Work-Life-Balance zu achten und machen es, wir wollen, nur cooler.